Die Frage ist, wie funktioniert ein Bulkload in Talent? Ein Bulkload, den wir hier machen, verwenden wir dafür die Komponente dbOutputBulkExec. Die erstellt eine File und benutzt dann den Bulkloader der Datenbank, um die Daten sehr effizient, also schnell, in eine Tabelle zu schreiben. Das zeige ich dir jetzt hier in Talent. Wir wechseln also mal zu Talent. Und ich zeige es dir mit dem fertigen Beispiel. Ich empfehle dir natürlich trotzdem, das nachzubauen. Wenn du das nachbaust, nimm am besten dieses Connection Example als Vorlage, indem du hier sagst Duplicate und damit dann loslegst, denn da hast du die Connection schon dabei und den Close mit dem Pre- und Post-Job. Den Rest, was vorher schon drinnen ist, löscht du raus und musst nur noch das dazu bauen, was jetzt hier speziell für den Bulkload da ist. Also einmal habe ich hier eine Create-Table-Komponente eingefügt, die zunächst mal die bestehende Verbindung hier verwendet und ihren Tabellennamen aus einer Kontextvariable bekommt, nämlich hier aus der Variable TableName, die da heißt BulkDemo. Und diese Tabelle hier hat natürlich ein Schema, ein Schema, was auch hier unten in dem Road Generator verwendet wird. Wenn du es dir also einfach machen möchtest, legst du zum Beispiel hier das Schema an mit diesen vier Spalten und machst dann hier Ctrl-A und Ctrl-C, um alles auszufehlen und alles zu kopieren. Und gehst dann hier unten beim Road Generator auf Edit Schema und wenn es noch leer ist, einfach Ctrl-V. Bei mir habe ich es jetzt natürlich schon, deswegen entferne ich es wieder, aber hast dann da diese vier Spalten drin. So, und wenn du die vier Spalten hast, machst du dann einen Doppelklick auf das Road Generator-Icon und kommst hier in diesen Editor, wo wir jetzt entsprechende Funktionen auswählen, die diese Spalten dann hier mit Leben füllen. Die erste Spalte Number ist vom Typ her ganz zahlig. Da verwende ich die Funktion An Numeric Sequence. Diese TXT, also der Text, da wird einfach so fester Text eingefügt. Also hier diese quasi in Anführungsstrichen leere Funktion, die dann also aus dieser Liste hier immer zufällig einen Wert auswählt. Und um diese Werte zu hinterlegen, blickst du hier unten im Verhältnis Value auf diesen Drei-Punkte-Button und könntest jetzt da noch was hinzufügen. Also einfach hier auch beliebige andere Werte reinschreiben. Nur bitte darauf achten, dass es als Strings auftaucht, nämlich mit Doppelten und Anführungsstrichen am Anfang und am Ende und dass alle Werte jeweils durch eine Komma getrennt sind. Das dritte ist dann eine Datum, hier vom Typ her String. Da ist auch einfach eine feste Gruppe von verschiedenen Daten hinterlegt. Das ändere ich jetzt hier einfach nicht. Und dann hier unten das Flag ist vom Typ her Boolean. Da sind die zwei in Java für Boolean möglichen Werte hinterlegt, nämlich True und False. Und auch, weil das hier wieder eine Liste ist, durch ein Komma getrennt, das Leerzeichen ist halt optional. Gut, und dann habe ich hier jetzt einfach mal gesagt, um auch die Stärke der Bulk-Load-Komponente zu zeigen, erzeuge mir hier 100.000 Datensätze. Gut, diese 100.000 Datensätze gehen jetzt hier an die DB-Output-Bulk-Exec-Komponente. Also DB-Output wird also erst eine File erzeugen. Hier kann ich jetzt leider nicht die Datenbank-Verbindung wiederverwenden, deswegen muss sie hier separat verwendet werden. Und gebe hier zunächst mal einen lokalen File-Namen an, also welches ist das Bulk-File, was die Komponente erzeugen soll, um es dann auch zu nehmen und in die Tabelle zu laden. Deswegen, weil die Tabelle schon da ist, habe ich dann hier auf gesagt Default, also dann wird auf Ebene der Tabelle nichts gemacht, sondern werden dann nur in die Tabelle mit diesem Namen hier, context.table name, also in dem Wert Bulk-Demo, dann nur die Daten eingefügt, die hier in diesem File vorhanden sind. Und dann im Post-Job werden zwei Sachen gemacht. Das eine, was du dann auch schon da hast, nämlich das Verbindung schließen und hier das Löschen dieses Bulk-Files, was hier ja erstellt und dann in die Datenbank geladen wird. Gut, jetzt wird das Ganze erst an den meisten Datenbanken funktionieren, wenn es auch ein Parameter gibt, der entsprechend definiert ist. In MySQL heißt das jetzt hier local-in-file und muss auf true gesetzt sein. Fangen wir mal damit an. Ich zeige dir mal hier die Tabellen, die schon da sind. Ich werde jetzt nochmal die Tabelle Bulk-Demo löschen. Und um es dir zu zeigen, nochmal diesen Parameter, irgendwann hat es schon auf false ersetzen, weil er, glaube ich, bei mir momentan auf true gesetzt ist, dann werden wir in Talent das Verhalten haben, dass zwar, weil es separat geschieht, in die Tabelle erzeugt wird, aber keine Daten eingefügt werden. Und der Rest sonst auch okay ist. Und wir bekommen auch eine ziemlich konkrete Meldung. Einmal hier in Rot und dann nochmal in Schwarz, dass local-data disabled ist und dass es auf der Server- und Klein-Seite gesetzt sein muss. Genau das mache ich jetzt hier, indem ich da sage, dieses set global local-in-file ist gleich true. Ja, jetzt habe ich zwar hier die Tabelle, kann es nochmal anzeigen. Können Sie jetzt von hier entweder nochmal explizit löschen, was ich mache, oder den Prozess halt die Arbeit tun lassen, weil hier als Tabellen-Action definiert habe, job table fxists and create. Gut, also führen wir den Prozess nochmal komplett aus. Jetzt würde dann in Gens auch funktionieren, also nicht nur die Tabelle erzeugen, sondern auch die 100.000 Datensätze erzeugen und in die Datenbank laden. Man sieht hier, das Datenerzeugen dauert, glaube ich, länger als das Laden. Jetzt schauen wir uns mal an. Ich bin tippfreu. Ich gehe einfach durch meine Liste von vorherigen Queries durch, wie viele Datensätze jetzt hier in der Tabelle sind. Wie erwartet, 100.000 Stück. Und jetzt gucken wir uns mal die Daten an. Ab dem 10. Datensatz exklusive, aber 20 Stück von da an, also von 11 bis 30. Wir sehen es auch hier an der ID, die erzeugt wurde. Und wir sehen auch hier, dass diese XXs auftauchen, die ich als Zusässientext da mal hinzugefügt habe. Die TrueFaults-Werte werden hier umgeschlüsselt als Bits an der Datenbank. Ich glaube, die Nullen sind die Faults und die Truths die 1. Gut, das ist es fast zum Thema Bulkloading. Funktioniert eben ähnlich an anderen Datenbanken. Eine zusätzliche Info gibt es noch, die ich hier auch vermerkt habe mit dieser Node-Komponente. Man kann alternativ das, was hier in einem Schritt gemacht wird, nämlich die Datei erzeugen und sie dann gleich in eine Tabelle laden, auch mit zwei Talent-Komponenten separat machen. Nämlich mit DB-Output-Bulk. Die funktioniert nämlich so, dass sie tatsächlich nur eine für die Datenbank spezifische Textdatei erstellt. Und dann in einem separaten Schritt die DB-Bulk-Exec, die nur eine vorhandene Datei in die Datenbank lädt. Das ist ein hilfreicher Prozess, wenn ich zum Beispiel in mehreren Schritten oder Iterationen diese Datei befüllen möchte und dann Append mache, um im Endeffekt das Gleiche zu erreichen, was ich jetzt hier mit einer Komponente getan habe. Und das beantwortet jetzt hier die Frage, wie ein Bulk-Load in Talent funktioniert.